Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Mutter der Schwester von Cäsar. Die ist schon tot. Nicht Angelina. Die Mama von Angelina. Sie hat immerzu gehustet und bumm war sie tot. Meine Mama besucht uns wahrscheinlich zu Weihnachten. Und sie bringt bestimmt Geschenke mit. Weißt du, was ich gerne hätte? Eine Uhr mit einem Kompass drin. Sie ist nicht von einem Wolf. Sondern von der Bestie. Wir werden ihr folgen. Drei Schafe in einer Woche sind zu viel. Ich weiß schon, warum nicht die Bestie gebissen hat. Du stinkst so sehr, sie hat dich für einen Ziegenbuck gehalten. Und wenn diese Bestie dann zu den Schafen gehen? Zack! Oh nein! Kommt schon rüber! Leo! Warum versteckst du dich? Ich kenne solche steunende Hunde. Und auch so kleine Jungs, die sich ihre annehmen. Und es endet immer böse. Sag ich doch, du hast noch nie einen Schaf getötet. Vollkommener Quatsch. Oh, du stinkst. Zwei Freunde. Wie schön du bist. Du bist ein Mädchen. Ich nenne dich Ben. Ein großes Abenteuer. Warum bleibst du stehen? Nicht stehen bleiben. Nein! Du darfst sie nicht töten. Sie ist meine Freundin. Belle und Sebastian. Ich bitte um Entschuldigung zufrieden. Jetzt redet er schon mit dem Hund. Ab 19. Dezember im Kino.